Ich habe mich für 36.000 Dollar in eine Mastermind eingekauft und das habe ich gelernt in dieser Mastermind. Hi, mein Name ist Marwan, ich bin der Gründer der Feinde Freelancing, der Beratung, dem Coaching für Designer, Developer und Marketingdienstleister im deutschsprachigen Raum. Lasst uns starten mit der Folge. Ich habe mich kürzlich in eine Mastermind eingekauft, die 36.000 Dollar gekostet hat. Und wir hatten ein Wochenende, wo wir uns mit anderen Leuten ausgetauscht haben und über unsere gängigen Engpässe gesprochen haben, was so anliegt. Und erst einmal, was eine Mastermind, das ist ein Kreis von Leuten, die in einem ähnlichen Berufsfeld sind, die ähnliche Expertisen haben, die sich austauschen, gegenseitig unterstützen und auf strategischer Ebene sich Tipps geben und Handlungsaufweisungen geben. Und diese Mastermind wurde von einer bestimmten Person geführt, da habe ich mich eingekauft. Und wichtig, das war jetzt nicht 36.000 Euro für ein Wochenende, das sind insgesamt drei Wochenenden, die darin inkludiert sind und zwar das erste Wochenende. Und ich kann dir sagen, dass ich direkt eine Woche danach 60.000 Euro durch den Ratschlag eingenommen habe, der mir an diesem Wochenende gegeben wurde. Und deswegen ist das so wichtig, dass man in sich selbst investiert. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und das lerne ich immer, wenn ich große Investments in mich mache, bekomme ich einen sehr hohen Return on Invest raus. Das sage ich auch immer den Leuten, die Interessenten sind, auch nicht Kunden. Natürlich muss es von der Person her auch passen. Aber jetzt zurück zum Thema. Was habe ich bei dieser Mastermind gelernt? Was waren meine Key Takeaways bei dieser Mastermind? Und zwar ist es bei Leuten, mir ging es folgendermaßen, die Firma ist sehr schnell gewachsen. Wir waren dann, sind auch vier Mitarbeiter, Vollzeitmitarbeiter, mit mir sind wir fünf gewachsen. Und ich bin sehr schnell darin gegangen, dass ich gesagt habe, ich delegiere alles, ich ziehe mich total zurück. Das Unternehmen läuft total ohne mich und ich werde mich da total zurückziehen. Und ich habe mich hinter Lektüre versteckt, diese gängigen Dinge, die man kennt, Stefan Mera, der Weg zum Unternehmer, all diese Dinge, die man so kennt. Und ich bin jemand, der sich sehr gerne diese Dinge an, die sehr viel Unternehmerlektüre liest, wie so viele Leute, die ein Unternehmen führen, die kleine Agenturen haben. Und es hat mich fehlgeleitet, ehrlich gesagt. Ich war drei Schritte zu früh für diese Dinge. Und die Fehlleitung, also ich habe gemerkt, ich habe mich zu schnell raus aus den operativen Themen rausgezogen. Und rückblickend denke ich, natürlich, das ist absoluter Schwachsinn. Ich lese gerade die Autobiografie von Sam Walton, dem Gründer von Walmart. Der hat alles, in den ersten 10, 15, 20 Jahren hat er alles selbst, er hat die Ärmel hochgekrempelt, die Läden selber noch geschrubbt. Und war so hinterher, weil als Unternehmer ist keinem der Erfolg des Unternehmens so wichtig wie dir. Das ist super wichtig zu wissen. Und ich bin zu schnell rausgegangen. Und ein bestimmtes Thema war dann wirklich das des Sales unseres Produkts. Und ich habe gesagt, mein Sales-Login hat gesagt, ihr wisst ja, wie alles geht. Ich habe euch das vorgemacht. So und so, macht mal. Und das war das Äquivalent zu, zieht in den Krieg. Und ich bin hier in meinem Büro und ihr berichtet mir, wie der Krieg ist. Und ich gebe euch strategische Tipps, wie ihr da vorgeht. Das hat nicht geklappt. Das heißt, die letzte Erfahrung, die sie von mir gesehen haben, wie ich im Krieg war und wie ich zurückgekommen bin, war zu lange her. Das war mehr als sechs Monate her. Und mein Tipp, den ich da bekommen habe, wenn die Performance nicht da ist, wo du sie haben möchtest, musst du es vormachen. Dinge vormachen ist viel mehr wert, als sie vorsagen, als sie strategisch lernen. Dass du die Leute, deine Mitarbeiter daran erinnerst, welchen Standard wir haben, wie hoch die Messlatte gesetzt werden kann. Das ist mir dann wie Schuppen vor den Augen. Und ich dachte, ja, aber ich habe noch das und das und das zu tun. Ja, und? Es ist dein Unternehmen. Ja, und du profitierst am meisten davon, wenn das Unternehmen profitiert. Dann dachte ich, ja, stimmt eigentlich. Also, du musst dich diesen Dingen stellen. Dachte ich, wow, okay, stimmt. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf so viele Unternehmen, die waren so lange involviert. Klar, kannst du dich irgendwann rausziehen, kannst du dich irgendwann zurückziehen, kannst du irgendwann das passive Unternehmen, passives Einkommen, dein Unternehmen läuft, perfekt. Das ist cool. Das ist auch sehr, sehr gutes Marketing. Aber die Realität in einer Größe, wenn du dich unter zehn Mitarbeitern befindest, ist anders. Du kannst Dinge prozessualisieren, du kannst Dinge systematisieren, aber verstecke dich nicht dahinter. Gehe da nicht drin verloren. Manchmal ist der einfachste Weg, die Ärmel hochkrempeln und selbst mit an die Front gehen. Selbst zeigen, was der richtige Weg ist. Selbst aktiv mitziehen. Anstatt zu sagen, ich baue jetzt einen Plan, wie er am besten zieht. Aktiv mitziehen und während du mitziehst, den Plan verbessern, den Plan dafür aufbauen. Gerade in dieser Phase, wenn es anfängt gut zu laufen, ziehen sich viele zu schnell zurück und sagen, ja, es läuft, jetzt mache ich Prozesse und Systeme richtig cool. Ohne, dass sie vergessen, es läuft eigentlich gut durch ihr Zutun, durch die Motivation, die sie mit ihrem eigenen Zutun dort ausstrahlen. Heißt es, mal länger arbeiten, auf jeden Fall. Heißt es, dass du weitere Dinge aufhast, statt nur deine strategischen Themen, hinter die du nicht fliegen kannst, auf jeden Fall. Aber es lohnt sich hundertprozentig. Die Mitarbeiter werden einen ganz anderen Respekt vor dir haben, wenn du aktiv mitmachst. Das habe ich bei mir auch gemerkt. Natürlich haben die immer Respekt, sind wir auf einer Respekt-Ebene miteinander, aber trotzdem ist es was anderes, wenn ich sage, ja, warum hat das nicht geklappt, warum hat das nicht geklappt? Sagen die, ja, sorry, die Leads waren schlecht. Das hat nicht so gut geklappt. Ja, das ging halt nicht. Haben die auf einmal widersprochen und einfach Gegenargumente gebracht. Und ich konnte halt nichts sagen. Ich habe dann gesagt, nee, stopp, damals war das nicht so, damals, damals. Aber als ich selbst angefangen habe, mit denen zu verkaufen und denen zu sagen, hier, bitteschön, da haben die gesehen, okay, dann konnten die nichts mehr sagen. Dann habe ich gesagt, okay, was habt ihr jetzt verkauft diese Woche, ja, so und so, cool. Warum nur so wenig? Ich habe so viel verkauft. Ah, und dann habe ich gesehen, dass es einen Pyramiden-Infekt hatte. Die haben gesehen, was ich gemacht habe und die Performance von denen ist direkt besser geworden. Das war eine Aufwärtsspirale, die dadurch losgelöst wurde. Das heißt, wenn du von deinen Mitarbeitern erwartest, dass sie richtig durchziehen, du aber eine 30-Stunden-Woche Back-to-Back reist, sorry, das geht so nicht. Du bist das Vorbild. Sie schauen mehr, was du machst, als was du sagst. Das ist super wichtig. Und ich spreche jetzt gerade Teamgrößen unter 10 Leute. Ich meine jetzt keine Agentur, keine Firma mit 80 Mitarbeitern. Da, wo du eine zweite Management-Riege hast und dich richtig rausziehen kannst aus dem Operativen, das ist was anderes. Aber für mich persönlich war das der Fall und ich weiß, bei vielen ist es umgekehrt. Viele sind noch sehr, sehr lange zu sehr operativ tätig. Aber es gibt auch das andere Camp und das Video ist eher an den anderen Camp gerichtet, die sehr in Prozessen und Systemen verliebt sind und sich sofort so schnell wie möglich rausziehen wollen. Wenn du dich darin wiederfindest, mache bitte nicht den Fehler. Das heißt, sei da drin auch involviert. Ich habe 36.000 Dollar für diesen Ratschlag gezahlt und wie gesagt, in der Folgewoche haben wir 60.000 Euro verdient. Das hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Aber mache du nicht diesen Fehler. Achte darauf, dass du diesen Fehler nicht machst und dass du dich nicht zu schnell rausziehst aus diesen Dingen. Und dass es super wichtig ist, dass du aktiv diese Dinge am Leben erhältst. Und Sales und Marketing sind das Blut einer Firma. Weil viele sagen dann, ja, aber auch Produkt. Ja, Produkt ist auch wichtig. Aber Produkt brauchst du nicht mehr, wenn du keine Kunden hast. Punkt. Wozu dann das Produkt? So. Das heißt, das sind wichtige Dinge, die du aufrechterhalten musst. Und da war es für mich so die Erkenntnis, hey, es ist cool, Systeme und Prozesse zu haben. Aber manchmal muss man auch wirklich die Ärmel hochkrempeln und selber aktiv mitziehen, um wieder den Standard zu erinnern, wie es geht. Und einfach eine ganz andere Position zu haben, wenn du es von anderen einforderst, weil du das selbst vormachst. Anstatt zu sagen, ja, das geht und du machst das nicht vor. Wenn das für dich als Product Manager, als jemand, der eine Agentur hat, als Entwickler, da musst du wirklich manchmal mit an die Front sagen, hey, guck mal, so und so. Das und das. Das und das. So funktioniert das. Und nicht einfach nur sagen, höher, höher, mach jetzt und du bist in deinem gemachten Nest und die Mitarbeiter sind nicht motiviert und die sagen, ja, irgendwie läuft das nicht so richtig. Du bist involviert. Ein Unternehmen, das habe ich von einem Mentor von mir gehört, wenn in einem Unternehmen es keine Person gibt, die unter der Dusche ans Unternehmen denkt und denkt, wie können wir das verbessern, wie können wir das noch besser machen, ist das Unternehmen zu scheitert verurteilt. Und wenn du zu bequem wirst als Unternehmer oder Unternehmerin und nicht mehr diese Person wirst, wird das keine deiner Mitarbeiter machen. Warum sollten sie? Das sind Mitarbeiter. Du kannst von denen nicht erwarten, dass sie unter der Dusche über das Unternehmen nachdenken wie du. Das ist dein Unternehmen. Du musst eine Person haben, die konstant, und das bist im Regelfall du, darüber nachdenkt. Wie kann ich das besser machen? Wie kann ich da noch mit anpacken? Und man flieht sich immer hinter, ja, ich brauche ein besseres System und das und das und dass dieser Monat war das Sommerloch, das ist das und das, das und das. Das ist mein Key Takeaway, dass ich ein bisschen zu früh mich komplett rausgezogen habe, alles komplett systematisiert habe und jetzt so einen guten Zwischenpunkt habe, zwischen mit reingehen, aber trotzdem die Bühne freilassen für meine Mitarbeiter, um sich selbst zu beweisen, um selbst mitziehen zu können, sodass wir wirklich als Team vorangehen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du nicht mehr ganz im Freelance, auf der Freelance-Höhe bist und sagst, okay, du bist jetzt schon bei sechsstelligen Umsätzen, gehst komplett unter, hast vielleicht kaum Mitarbeiter, keinen Mitarbeiter oder eine Handvoll Mitarbeiter, weißt aber nicht so richtig, wie du sie orchestierst, was du da alles machst, dann empfehle ich dir auf finallyfreeland-freelancing.de zu gehen und dann drauf zu klicken, dass du skalieren möchtest und da habe ich eine genaue Zusammenstellung, das ist unser DBO-Report, wo ich genau sage, wie du auf eine Million Flughöhe kommst als kleine Firma, als kleine Agentur und dabei highly profitabel bist. Also ich meine damit 30-50% Profitabilität und nicht dieses Agentur-Dilemma, dass du mit deinen Kosten die Profitabilität in den Keller gehst, sondern wirklich, dass du wirklich profitabel bist und wirklich richtig gutes Vermögen dabei aufbauen kannst und ein Unternehmen hast, was du gerne führst, wo du aktiv mitwirkst. Schau dir das Video gerne an, wenn dir das zusagt, kannst du gerne einen Termin buchen und wir sprechen und schauen, ob du vielleicht was für die Digital Business Owner Beratung wärst. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, klick einen Daumen nach oben, lass uns eine Rezension im Podcast da. Mein Name ist Mauern von der Finally Freelancing. Ich wünsche dir, wann auch immer du die Folge hörst, eine gute Woche, eine gute Restwoche und vielleicht hörst du am Wochenende, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.